Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute werde ich mal ein kleines Springvideo mit Akira drehen. Ich habe ihr ein Zöpfchen geflochen, weil es so warm ist. Und ja, ich werde heute mit ihr einen Meter springen. Mal schauen, ob ich es heute schaffe. Vorgestern mit Floridana habe ich es geschafft. Und ja, gestern hatte ich eine kleine Pause gemacht. Die Pferde hatten gestern einen Ruhetag und jetzt werde ich es mal wieder machen. Aber diesmal mit Akira. Und ja, übrigens hat die Akira die Trense von der Floridana an. Hier seht ihr die Trense. Akira hat ja normalerweise die englisch kombinierte Trense an. Jedoch habe ich mir heute gedacht, siehe ich, weil ihr die ja auch passt, die Floridana Trense an. Weil die auch mal ganz schön aussieht zur Abwechslung. Und ich habe dann noch diese Trinklärte dazu. Und jetzt baue ich erstmal den Parcours auf und dann sehen wir uns gleich wieder. Und jetzt baue ich mal wieder. Und jetzt baue ich mal wieder. Und jetzt baue ich mal wieder. Ja ihr Lieben, das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch unterhalten und es hat euch gefallen. Das nächste Video wird auch bald schon kommen. Also freut euch darauf. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, sodass ihr das Video nicht verpasst. Und meine ganzen anderen Videos. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, dann sehe ich, dass es euch gefallen hat. Und ja, das Abo ist übrigens kostenlos. Das könnt ihr dann machen. Da freue ich mich natürlich sehr drüber. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Müsli. 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 Untertitelung des ZDF, 2020